Ich hab Bock auf nur nen Randale-Ra-Kern, Leute. Wir spielen gegen Lulu Ash. Ich hab ja irgendwie Bock auf ein Horror-Game nächsten Tage. Was könnte man zocken als geiles Horror-Game? Wo ich mir richtig in die Hose scheiße. Schreibt gerne mal Vorschläge in die Kommentare. Kussi. Quarry hab ich auch überlegt. Ist The Quarry cool? House of Ashes haben wir gespielt mit Franzi durch zusammen. No, ich hab irgendein Kabel rausgezogen. Aber ich weiß nicht, was... Hört ihr mich noch? Test, test? Test, test, ja. Keine Ahnung, was das für ein Kabel war. Werde ich nachher rausfinden. Du hast recht, du Space-Stick mit den Skrips-Shit. Du hast recht. Aedlin Soraka. Das wird ja ekelhaft. Aber wir können hier nichts machen, Alter. Damage für? Eigen HP hat die, Alter. Racial Orkmanoraka kann man auch sehr gut spielen. Oh, nice. Supergut. Weil wir sechsten können einfach reinrennen. Die haben um Burst, oder? Wir müssen immer auf Soraka gehen. Yep, yep, yep. Und das ist nicht möglich. Das ist eine große Frage. Das ist ein Zer. Das ist ein Zer. Ich bin sehr distraktiv. Oh, Gott. Wenn ich ihn noch so nicht von mir weggen kann, sondern schon die Zune für dich, mein Freund. Hey, geh mal Bass. Is my birthday. Da alle raken ist es einfach, Leute. Du bist das Game genau der Friede, den ich mir mal lange gewünscht habe. Hier gewinnen wir einfach. Das ist auch immer wieder lustig. Hier war bitte ein Win, Leute. Geteilte Sperreninfo. Gesperrt bei Bröki 1. Bartgott himself. Dieses Feature so geil. Oh, Bartgott. Was ist das denn für ein Cringe-Bann bei Bröki? Ei, ei, ei. Da kriege ich ja Gänsehaut. Das ist sehr besorgniserregend, mein Freund. Alter, ich habe heute 330 Euro von Spotify bekommen. Passives Einkommen, Leute. So, ich brauche einen Win, Leute. Sonst kommen wir hier wieder in Bereiche, in dem ich mich nicht wieder befinden möchte. Ich habe hier ein Bubble auf Level 2 geskillt. Warum das denn? Das ist ja gut. Sehr gut. Das ist ja gut. Sehr gut. ja gut jetzt schon sehr stark hier unten ein weiterer monatsschutz geld wann hört diese erpressung endlich auf kappa schmutz schaden von ihm alter ja das ist jetzt ein hammer für die gegner glaube ich so ich habe meine ultimative fähigkeit bereit leute damit können wir bestimmt was machen dann hat die tori sie mit meiner holz es ist auch so stark das ist der einzige chip wo ich gerade sagen da läuft wo ich nicht mal super gut spiele aber mit dem gewinne ich irgendwie nein nein so close aber die ulten haben wir ulten sollen servus das ist irgendwie gar nicht gleich wieder verkauft oder was alter ich habe mal den drake nebenbei damit schüler ohne will hier ist das geschieht neues wenn wir dies machen jetzt hier aber und das schon die ein win leute so leute erst mal schön füßchen hoch und jetzt eine runde reaction oder und pierce zockt schon wieder rankt der kleine schlawiner er ist auf dem grind alle am grinden hier so gefällt mir das solo auch wieder bei 500 chantao sogar bei 300 leute eieiei ich muss echt punkte gut machen